Wenn Sie die Wahl hätten, dann würden Sie doch lieber mit einem Stift zeichnen als mit einer Maus, oder? Und genau das ist mit diesem Stift möglich. Geschrieben und gemalt wird auf diesem edlen und präzisen Grafiktablett. Das flache Gehäuse passt perfekt auf jeden Schreibtisch. Das glänzende Finish bringt Glanz in jedes Büro. Der kabellose Stift funktioniert ganz ohne Batterien. Auch das Tablet benötigt nur eine USB-Verbindung zum PC. Mit der beigelegten Software können Sie gleich starten und am PC zeichnen. Natürlich funktioniert das Grafiktablett mit allen gängigen Bildbearbeitungsprogrammen. Sie können feindosiert malen. Je stärker der Druck, so dicker der Strich. Sie können auch Wörter schreiben. Die erkennt Ihr PC automatisch. Das große Tablett ersetzt sogar ein Mausrad. Bedient wird es mit dem Finger. Und wenn Sie wenig Platz auf dem Schreibtisch haben, kaufen Sie einfach das kleinere Tablet. Damit sparen Sie auch noch ein paar Euros. Komplett ausgestattet sind beide Eingabegeräte, etwa mit diesem praktischen Stifthalter. Ein Griff genügt und Sie bringen Ihre Geistesblitze aufs Pap... Verzeihung, auf den Bildschirm. Abgebrochene Bleistifte und tintenbeschmierte Hände, das war gestern. Heute zeichnet und schreibt man digital. Also viel Spaß dabei! Euer Christian Werner